Hallo Kids Club Mitglieder! Wie ihr wisst, kann ich hier richtig schlecht Fußball spielen und demzufolge auch richtig schlecht schwimmen, aber nichtsdestotrotz lade ich euch ein am 12.11. im Nemo gegen mich anzutreten im Schwimmen. Ich werde auch hier sein, werde ein bisschen schwimmen, werde ein paar Kinder ärgern und hoffe, dass ihr zahlreich erscheint. Alle Infos auf der Kids Club Internetseite, die wird aber nochmal hier unten eingeblendet. Von daher viel Spaß! Musik 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 Musik